ja da sind wir schon wieder und heute habe ich ja ihr werdet euch ein wenig wundern ich gestalte mal wieder mein 150 liter aquarium um warum ich das mache und wie ich das mache das erzähle ich euch gleich also bleibt dabei und seid gespannt ja das ist die wunderbare und ich bin der tobias ja ihr habt ja schon gerade gehört das 150 liter becken das gestalte ich schon wieder um ja ich verlinke euch noch mal oben im eck wie ich das vor ein paar monaten schon gemacht habe und da können wir mal gucken wie das damals ausgesehen hat und wie es da zu gekommen ist und jetzt warum ich das heute wieder umgestalte nee nee also es hat schon einen grund ja also ich erzähle euch das jetzt einfach mal warum also das becken war oder sollte eigentlich ja ein arbeitsbecken sein in dem sinne hatte ich es ursprünglich eingerichtet aber dann wollte ich doch ein bisschen optisch schöner haben und habe es umgestaltet jetzt haben wir das wohnzimmer qualen ich verlinke ich noch mal oben im eck und das ist jetzt so mein hingucker wie man es nennen möchte und dementsprechend kann ich jetzt eigentlich ein richtiges arbeitsbecken da wieder draus machen arbeitsbecken heißt für mich ich muss auch da ordentlich rankommen und das funktioniert nicht wenn das so zugewachsen und so strukturiert ist dass man einfach nicht mehr an mögliche tiere rankommt die man rausfangen möchte ja auf der anderen seite ist da wahnsinnig viel glattophora drin das seht ihr jetzt gleich immer wieder das gleiche und das teichlebermoos damit kann ich eigentlich leben aber vielleicht kriegen wir das in einem zug ja gelöst ja was habe ich mir jetzt überlegt ich möchte alles mobil in dem sinne halten also alles muss rausnehmbar sein ich möchte keine pflanzen drin haben die in den bodengrund verwurzelt sind also aufsitz der pflanzen das meiste waren es ja schon aber die werde ich jetzt versuchen auf flachen steinen aufzukleben um dann die möglichkeit zu haben die pflanzen wieder rauszunehmen und gleichzeitig werde ich noch ein paar laichhöhlen zusätzlich einbringen damit die antennenwälse dann auch eventuell demnächst da ableichen können die sind jetzt relativ groß schon man sieht schon die ersten geschlechtsunterschiede also ich kann erkennen ich scheinen weibchen und männchen bekommen zu haben es müsste also machbar sein ja des weiteren versuche ich die glattophora noch mit einem mittelchen zu bekämpfen das zeige ich euch gleich und auch noch ein mechanisches hilfsmittel was dazu gekommen ist bzw was mir vielleicht zukünftig noch helfen könnte also ich wünsche euch viel spaß mit dem video ich hoffe amenda auch ich gucke gar nicht hin eigentlich muss ich ja hingucken weil sonst kann ich die sprechblasen ja nicht lesen aber technik macht's möglich also ihr habt gesehen und gehört was amenda da gesprochen geschrieben hat wir wünschen euch viel spaß mit diesem video ja wie man sieht hier gerade in der mitte zwischen den kleinen anubias alles voll mit gladophora und da wo die gladophora sich festgehangen hat hat sich meist auch das teichlebermoos festgehangen und ja bildet immer so ein paar kleine ableger also sprich das bricht irgendwie in zwei durch die tiere durch mich und verteilt sich dann im becken auch hier in den kongofahren überall gladophora da ist es relativ ja feinfiedrig da verhakt es sich leicht und bildet dann immer neue ausläufer immer mehr der java fahren als solches der ist da relativ wenig mit befallen von daher erhoffe ich mir dass ich mit dem dann einen ja wenn ich damit die pflanzen masse hauptsächlich darstelle dass ich dann da weniger mit der gladophora zu tun habe ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem becken ich finde das hat einen sehr natürlichen look richtig schön chaotisch so wie es in der natur wahrscheinlich auch ist weil da kämpft ja jeder gegen jeden die eine pflanze versucht die andere zu verdrängen und da verwächst das alles so ein bisschen und das finde ich sieht eigentlich ganz gut hier aus den tieren geht es auch gut also soweit in ordnung ich hoffe dass ich der mir ja die gemütlichkeit beziehungsweise die optik nicht zerstöre auch hier sieht man auf den steinen überall wieder gladophora also echt nicht schön ja ich habe ja gesagt dass ich ein mobiles aquarium haben möchte und da habe ich dieses hier gesammelt nicht die nudeltisch decke sondern die steine schön flach um die aufsitz pflanzen da auf zu kleben in dem fall und somit bin ich dann mobil und könnte die dann immer bei gelegenheit die steine einfach mal kurz raus heben aus dem aquarium und kommen dann im notfall an die fische ran die ich dann raus fangen müsste hier habe ich mir von der zoo box hatte ich mal mitgebracht zum pflanzen kleber und mit dem versuchen wir das jetzt mal festzukleben ja und so sieht das ganze dann aus ich habe jetzt hier hauptsächlich den java fahren wie gesagt ein wenig vom kongofahren und dann noch die hygro fila pinate fieder pinate fieder was ein name und dann wollen wir das dann mal so einbringen wie ich mir das so vorstelle ja und dann sieht das ganze für das erste erst mal so aus relativ trüb ist natürlich glas viel aufgewirbelt worden hier vorne sammelt sich im moment der mulm der darf auch erstmal bleiben wir gucken mal wie es sich ausgeht und ansonsten würde ich sagen wieder relativ natürlich die laichhöhlen sind natürlich jetzt mehr zu sehen habe ich auch noch ein paar zusätzlicher eingebracht aber fürs erste bin ich auch sehr zufrieden die wurzel habe ich jetzt einfach so da hinten reingeschmissen und dann gucken wir mal wie es ausschaut wenn es ein wenig klarer ist ja und wer ist da noch eingezogen der filter von san san den habe ich jetzt wieder auf ganz niedrige stufe eingestellt und die oberflächen absaugung eingeschaltet und da hoffe ich mir dass ich jetzt die letzten reste von dem teich lieber muss mit ansaugen kann beziehungsweise einsaugen kann und ich könnte auch noch den uv klärer anschalten wenn ich den bräuchte ich habe gelesen dass dann die sporen von der kladophora mit bekämpft werden können warum ich das noch nicht getan habe also sprich den uv filter eingeschaltet habe erzähle ich euch jetzt ja und diesmal gehe ich da auch noch mit einem mittelchen vor und zwar von happy life diesen elgin regular der funktioniert wirklich also da habe ich schon die kladophora sehr gut mit zurückgedrängt den habe ich mal irgendwie als empfehlung von den aquaporisten die kennt ihr bestimmt auch die hatten das mal gesagt dass das wirklich funktionieren sollte aber man muss wie man hier sieht die uv lampen ausschalten in der zwischenzeit also dementsprechend noch keine uv bei mir eingeschaltet was ich diesmal machen werde ich werde diese geschichte länger dosieren also einfach ja nicht die normale abgegebene oder angegebene dosierung einhalten sondern einfach länger das fortführen und dann hoffe ich mal dass man das vielleicht so weit mit der uv lampe im nachgang hinbekommen dass wir vielleicht die kladophora entfernen können wir werden sehen drückt mir die daumen bitte was ich noch anmerken möchte was mir beim letzten mal aufgefallen ist auch der normale pflanzen wuchs geht ja nicht zurück aber er stagniert ein wenig ich hatte wolfsmilch im aquarien rum in den aquarien rumschwimmen und die ist mir sogar eingegangen ich würde fast behaupten aufgrund dieses mittels also seid da recht vorsichtig mit überlegt euch gut ob ihr das machen wollt ich kann es nicht genau sagen ob es wirklich daran ja in dem moment gehangen hat aber so war meine erfahrung und da würde ich sagen wir gucken mal wie sieht das becken zwei tage später entwickelt hat ja da wollte ich heute morgen ein paar aufnahmen für euch drehen und ja ich habe hier morgens immer so eine halbe stunde das licht an um die tiere zu füttern und da sehe ich folgendes den panzerwelsen scheint das neue becken richtig gut zu gefallen guckt euch mal an was da los ist ich hatte beim sauber machen schon gesehen dass da auch kleine panzerwels wieder unterwegs waren nicht nur dieser knirps ich hoffe ihr könnt ihn sehen sondern auch noch kleinere also muss es vorher auch den panzerwelsen schon gut gefallen haben also so viel scheine ich nicht falsch gemacht zu haben ja hier im rechten teil die hygro fila pinati fieder das sieht noch etwas kahl beziehungsweise zerrumpft aus aber lass sie mal wachsen im anderen becken ist auch gut gewachsen von daher bin ich gut der hoffnung dass das hier eine schön zugewachsen wachsende ecke was ist denn hier los nicht mal richtig reden darf man hier und jetzt achtet mal auf das weibchen was hier zu sehen ist in der oder mit den bauchflossen hat es eine tasche gebildet und da drin seht ihr die eier und diese eier wird es versuchen abzulegen einen schönen platz zu finden aber jetzt ist es erst mal erledigt von dieser ganzen narrerei hier ja somit habe ich jetzt bei diesem becken wirklich platz gewonnen jetzt werden auch die restlichen antennen wir sie noch einziehen und da ist die dame unterwegs und auf der suche und dann könnte ich mir überlegen vielleicht noch eine fischart mit einzufügen hier in dieses becken ja wer lust hat kann mir ja noch mal einen tipp geben also ihr wisst ja weiches wasser niedrige temperatur so 22 grad haben wir jetzt hier drin und sie müssen auskommen mit antennenwelsen mit panzerwelsen mit ein paar guppis und natürlich mit den perlhund bärbling ansonsten würde ich sagen schaut euch das treiben hier noch ein wenig an wenn ihr wollt ich würde sagen bis zum nächsten mal macht es gut und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020